So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, nach dem letzten Yeti Dreierschock, ja, bin ich natürlich sehr gespannt, wie es heute weitergeht. Kriege ich noch eine weitere Yeti oder Schneemenschfigur oder kriege ich schon wieder was Doppeltes? Ja, ich lasse mich überraschen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich lasse mich sogar, ja, maximal überraschen. Denn wir haben heute dieses, ja, metallic blaue Ei, dieses Mal mit einem Pinguin und, ja, Ohrwärmer drauf mit einem dicken Schal. Das könnte ich jetzt auch gerade brauchen, denn hier in der Halle ist es ziemlich kalt. Wie auch immer, lasst uns das Ding hier auspacken und, ja, ihr wisst ja, ne, hast du ein Yeti-Line im Haus, geht dir Gefrierbrand niemals aus. Oh mein Gott, so schlecht, egal. So, hier sind natürlich wieder Milchcreme-Flecke ohne Ende, aber hier, komm, was soll's. Gleich aufmachen und reingucken. So, nein, nochmal eine neue Figur. Uhuhuhu, Leute, Wahnsinn, was haben wir denn hier? Das ist ein Ausstecherle in Sternform. Ich schmeiß mich weg hier. Und ich freu mich, denn wir haben hier noch einen kleinen Schneemännchen. Ja, mega. Was ist denn das für ein Scheißerchen? Das ist dieser Koch, oder was? Oder Bäcker hier mit seiner Zipfelmütze? Das ist ja auch wieder der absolute Hammer. Steht hier in einem Geschirrhaufen. Und es sieht wirklich aus wie ein Ausstecherchen. So, dann lasst uns das hier mal kurz angucken. Also hier haben wir unser Männchen. Das ist nicht lebensmittelecht. Ne, ich glaube, das heißt dieses Zeichen. Das wird dann hier drauf gesteckt. Das hier ist hingegen lebensmittelecht. Auch das Ausstecherchen. Und hier haben wir sogar noch eine, ja, Sternform, beziehungsweise Schneeflockenform. Was ist das? Okay, hier haben wir Mutter und Kind. Und die haben dieses Förmchen in der Hand. Gut, ah, hier haben wir einen Abdruck von unserem Yeti drauf. Das heißt, wir können hier Kekse mit einer Zuckerglasur, ja, bedrucken. Das Gesicht hier drauf machen. Das ist ja klasse. Dann hier, wie schon geahnt, das Ausstecherchen. Hier haben sie ein Toastbrot genommen und stechen hier einen Stern aus. Guckt euch das an. Und dann haben wir hier auch noch diese Schneeflocke. Mehr oder weniger als Form. Mit dem Sieb, mit Puderzucker, kann man hier so eine Schneeflockenform auf den Keks streuen. Ach Gott, das ist ja witzig. Na, das ist ja echt witzig. Wobei, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist mir eigentlich die Figur an und für sich. Denn die finde ich, wie schon gesagt, echt mega cool. Ja, dann lasst uns anschauen. Hier mehrere Teile, vier Stück insgesamt. Okay. Und hier haben wir einmal, ja, den Fußabdruck, wo unser kleiner Schneemensch, unser Schneemensch da drauf kommt. Und dann auf dieser Seite haben wir eben diesen Abdruck, den wir hier irgendwie auf Zuckerguss drauf machen können. Ganz, ganz goldig das Gesicht von den kleinen Yetis. Dann haben wir hier dieses Ausstecherchen in Sternform. Ebenfalls in diesem, ja, hellen Blau. Genauso wie das Gesicht von unserem Yeti. Schön abgestimmt, muss man wirklich sagen. Und, äh, ja, mega cool. Und hier kommt dieses Teil, äh, dann drauf, oder? Ach, die Schnur zum draufstellen? Das hält gar nicht großartig. Also nimmt man es dann einfach so zum Ausstechen. Okay. Also die Sternform und wir haben dann noch dieses Schneeflockenteilchen, wo wir hier ein bisschen Puderzucker drüber machen können. Dann hat man die Form auf dem Keks oder wo immer man das gerne haben möchte. So, gut. Dann, äh, setze ich das jetzt mal zusammen. Geht es irgendwie rein? Jawohl. Ganz locker, aber es hält sogar, ne? Schaut euch das an, sieht witzig aus, die Form und das Ausstecherle. Ganz, ganz goldig. Und dann hier natürlich unsere Hauptperson, unser Schneemensch in diesem Ei. Der guckt ein bisschen verdutzt, aber auch total goldig mit seinen großen Augen und den zwei Zähnchen. Mega, diese Koch- oder Backmütze, pfeift euch das rein. Das ist ja weltklasse. Hier wieder die dicken Haare oder Eiszapfen am Hinterkopf. Das ist ja nur cool. Die Hände ein bisschen nach hinten und auch hier haben sie wieder die Finger in dem Hellblau gemacht. Das finde ich ja cool. Die gleiche Farbe wie im Gesicht. Also, ja, sieht klasse aus mit seinen viel zu langen Armen. Burner. Also, ganz, ganz goldig, wie schon gesagt. So, und den mache ich jetzt hier mal drauf. So rum. Okay. Jawohl. Der hält auch schon. Bestens. Und hier ist, wie schon gesagt, dieser Aufdruck hier drunter. Klasse. Also, was haben wir denn hier für eine Größe? Nur eher alleine gemessen. Hier komme ich auf, ja, auch wieder auf circa 5,5 Zentimeter. Und wenn ich ihn dann auch noch hier drauf stelle, und das kann man wirklich tatsächlich nur drauflegen. Das hält nicht wirklich fest. Und stellen dann so auf. Dann hat das Ganze eine Höhe von, ja, 7 Zentimeter. Ne? Also auch eine schöne Größe. Ja, also wirklich sehr nett gemacht. Wie schon gesagt, gefällt mir super gut. Ist auch wieder ein bisschen kleiner als die letzte Figur. Also, das ist wirklich ein Riese dagegen. So, und wenn ich jetzt noch unseren kleinen Yeti auf der Eisscholle daneben stelle, dann gibt es doch auch schon ein nettes Trio, oder? Ja, echt klasse. Also, ich freue mich wirklich. Und, ja, ihr seht es ja, ne? Selbst die Doppelten wirken hier absolut nicht zu viel. Und stören überhaupt kein bisschen. Ja, Leute, ich bin begeistert. Zwei dieser Maxi-Überraschungseier habe ich noch. Bin gespannt, was ich hier noch raushole. Und das schauen wir uns im nächsten Video an. Bis gleich und bis dann. Ciao, tschüsschen, euer Rupi. Hey! Ciao, tschüsschen, euer Rupi.